Es kommen gute Gefühle, es kommen schlechte Gefühle. Das ist alles. Und irgendwann sterbe ich. Und jetzt kann ich daraus ein neues Hamsterrad machen. Und das machen viele aus der Spiritualität. Sie machen einfach ein neues Hamsterrad, parallel zu dem Hamsterrad, das sie schon kennen. Die Spiritualität ist aber genau das Gegenteil vom Hamsterrad. Es ist bereit, aus diesem scheiß Hamsterrad auszusteigen. Und zwar echt. Es gibt ja viele, die sagen, Oh, Ausstieg aus dem Hamsterrad. Ich zeige dir, wie du selbstständig wirst. Haha. Als ob du als Selbstständiger nicht auch im Hamsterrad sein könntest. Das Hamsterrad ist hier oben. Mir kam irgendwann einfach die Erkenntnis, nichts von dem, was man versucht zu erreichen durch mehr tun, wird man letztendlich durch mehr tun erreichen, sondern durch weniger tun. Also kann man sich eigentlich nur fragen, was tue ich denn noch, das mich denken lässt, ich sei noch nicht angekommen, was denke ich denn noch, was tue ich denn noch, was glaube ich denn noch tun zu müssen. Und dann das bewusst wahrzunehmen, wie du gesagt hast am Anfang, dort den Verstand und die Gedanken zu beobachten, wie sie es schaffen, eine Illusion zu kreieren, ein Spiel zu spielen mit demjenigen, der das wahrnimmt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Selbst erkannt. Ich freue mich richtig, richtig doll. Tatsächlich ist der Gast, den ich heute hier bei mir habe, ein Vorschlag meiner Mutter, die großer Fan ist von Stefan Hine. Und dann habe ich mich auch mal mit ihm und dem, was er so von sich gibt, auf diversen Quellen beschäftigt und habe sehr resoniert und war besonders beeindruckt von der Art und Weise, Stefan, wie du Muster brichst oder auch entbildest, so wie du das nennst. Und bin schon total gespannt, mit dir heute darüber zu sprechen, wie du das machst, was das ist, vielleicht auch ein paar persönliche Themen, die bei mir hochkommen und auch über das Thema Liebe und Partnerschaft mit dir zu sprechen. Und ja, heiß dich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Klingt sehr gut, was du bisher über mich gesagt hast. Checkmark dahinter. Verkauf. Das ist etwas, was gar nicht so einfach ist, weil man muss ja Lust haben und das vergessen manche auch, also als Interviewer, man muss ja Lust darauf haben, dass auch eben was Persönliches, dass es immer was Persönliches ist. Also wir tun ja, das kennen wir ja aus dem Leben, oder? Wir tun ja immer so, als hätte das mit uns nichts zu tun oder es wäre andere schuld. Das ist ja unsere Lieblingsbeschäftigung. Die anderen sind doof, wir sind toll. Gleichzeitig ist aber in unserer Stimme, die sagt, ja, wir sind aber auch nicht so cool. Und in dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in diesem Zwiespalt, in diesem Widerspruch leben wir. Manche 80 Jahre, wenn es dumm läuft. Und deswegen ist es eine coole Einleitung. Ja, stimmt. Das resoniert. Dann lass uns doch mal vielleicht als erstes über ein großes Thema, was mit dem Namen Stefan Hiene wahrscheinlich sofort in Verbindung gebracht wird, wenn man sich anfängt, mit dem, was du so von dir gibst, zu beschäftigen sprechen, nämlich das Thema Entbildung. Also, wovon entbildest du die Menschen denn? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber bin mal gespannt, wie uns das ein Einstieg verschafft. Das ist eine große Frage, aber es ist eigentlich ziemlich einfach, von der Einbildung. Und da ist die Frage natürlich, ja, was haben wir uns eingebildet? Und das ist dann eine große Frage. Weil, da hat sich ja erstens, hat sich ja jeder was anderes eingebildet oder unterschiedliche Dinge, aber in bestimmten Bereichen sind wir uns auch ähnlich. Also, das kann man sich ja ungefähr, das ist jetzt natürlich ein Bild, aber so vorstellen, das Wesentliche, was du dir eingebildet hast, kommt aus deiner Familie, ja, Mutter, Vater, manchmal Großfamilie, je nachdem, wie der Kontakt natürlich war und wenn es keinen Vater gab, nur von der Mutter und wenn es keine Mutter gab, nur vom Vater, schon klar. Oder dann halt auch von der Oma, wenn man bei der Oma aufgewachsen ist, aber halt immer die Menschen, die in unserer unmittelbaren Umgebung waren, als wir Kinder waren. Und da ist es, für mich ist das wesentliche Alter 0 bis 8, aber es ist egal, da gibt es keine Grenze, aber es gibt die Grenze, die jeder kennt und die nennt man dann Pubertät. Und das ist die letzte Rebellion, das ist nicht umsonst, dass wir in der Pubertät rebellieren und sagen, jetzt kommt er in die Pubertät, jetzt rebelliert er, als wäre das eine reine Hormongeschichte und wir verstehen gar nicht, dass das gleichzeitig auch eine Erkenntnissache ist. Also, wenn man in der Pubertät merkt, hier stimmt was nicht, jeder, also die meisten, viele haben das gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, zäh fix nochmal, was ist hier los? Und die einen gehen nach innen, ja, je nachdem, ob man halt introvertiert oder extrovertiert veranlagt ist, das ist nicht das eine besser als das andere, das ist nur ein Reaktionsmechanismus, ja, der, der extrovertiert veranlagt ist, wird der Rebell, so wie ich, der kämpft dann und haut auf alles drauf und ist gegen alles und merkt dabei gar nicht, dass man gar nicht dagegen sein muss, sondern, dass es reicht, wenn man einfach zu sich steht, aber das ist halt extrem schwer, wenn dein ganzes Umfeld oder ein Großteil deines Umfeldes sagt, naja, so cool bist du aber gar nicht, also bild dir nichts drauf ein und da gibt es natürlich Nuancen in den Aussagen, das ist schon klar, also es gilt nicht für jeden, da kann man nichts pauschal behaupten, wie das für jemand in der Jugend war, deswegen muss man immer vom Persönlichen ausgehen, wie es tatsächlich war und vor allem, was hängen geblieben ist, weil manche Sachen bleiben ja gar nicht hängen, die gehen an dir vorbei, die interessieren dich gar nicht und manches trifft dich voll und auf der anderen Seite sind halt die Introvertierten, das ist nicht besser und nicht schlechter, manche denken, ah, du musst extrovertiert werden oder nee, halt dich mal ein bisschen zurück, ist total egal, das ist nur ein Reaktionsmechanismus, das ist nicht so, dass man sagt, ah ja, der ist brav, weil er introvertiert ist, es gibt Menschen, die sind introvertiert und die sind überhaupt nicht brav in sich, die sind total rebellisch, aber sie wissen nichts anderes zu tun, als zu sagen, okay, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, was soll der Scheiß hier, und ja, da fängt das alles an und so nimmt unser Leben seinen Lauf und dann muss man irgendwann checken, hier läuft was schief, irgendwas stimmt hier nicht und das kommt auch nochmal, das kennen auch einige, das nennt man dann Midlife Crisis oder Depression, also das kommt wieder, das lässt sich eine gewisse Zeit verdrängen und je nachdem, wie gut man in der Verdrängung ist, desto besser ist man in die Gesellschaft integriert und wir checken nicht, dass keiner von uns in die Gesellschaft passt, weil es gibt nur das Individuum, es gibt keine Gesellschaft, Gesellschaft sind künstliche Vorstellungen, das sind Programme, die man abarbeitet oder wo man sagt, naja, aber du brauchst eine Ausbildung, ohne Ausbildung wirst du nichts, zum Beispiel, wo steht das? Ja, da gibt es Menschen, die behaupten das, ja, warum behaupten die das? Ja, weil sie so leben, okay, sind die glücklich? Schau hin, sind die glücklich? Und wenn du sagst, ja, dann folg ihnen, dann sag, okay, geile Scheiße, der ist glücklich, der hat ein Diplom, der hat einen Doktor, der hat das, der hat einen Job, der hat eine Frau, der hat einen Hund, der hat ein Haus und der ist glücklich, wirklich, treff dich mit ihm privat und sprech mit ihm und schau, ob der glücklich ist. Wenn er glücklich ist, geile Scheiße, mach das Gleiche, mach es ihm nach, ja. In den meisten Fällen wirst du herausfinden, dass die Menschen trotzdem nicht glücklich sind. Und da stellt sich die Frage, ja, woher kommt dann das Glück? Und soweit ich das bisher in meinem eigenen Leben beobachten kann, kommt das Glück von der Entbildung, der Einbildung. Sobald ich mir nicht mehr einbilde, etwas zu sein, was ich gar nicht bin oder was ich gar nicht gern mache und zu dem zurückkommen, was ich wirklich gerne mache, gibt es keine Frage mehr. Das ist nicht so, dass ich irgendwie mir denken muss, oh Gott, was soll ich machen in diesem Leben, mir ist so langweilig oder scheiße, wie verdiene ich Geld? Das ist alles keine Frage mehr. Ich liebe das, Entbildung von der Einbildung. Man kann sich das richtig bildlich vorstellen, wie etwas sich eingebildet wurde und man sich danach wieder davon befreien darf und das hat auch sehr mit mir resoniert. Ich habe mich zum Beispiel auch in den letzten Wochen sehr viel so mit dem Schaffen, Erschaffen von Traumata beschäftigt und das passt ja auch sehr gut da rein, wie wir sozusagen so ein bestimmtes Bedürfnis haben dann vielleicht als Kinder in dieser Zeit, wie du gesagt hast, 0 bis 8, sagen wir jetzt mal, und dann, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann denken wir als Kinder ja nicht, ja, okay, dann ist wohl was an den anderen falsch, die mir das Bedürfnis nicht erfüllen, sondern wir denken, ja, an mir ist was falsch, dass ich das Bedürfnis habe, also brauche ich jetzt irgendeine Geschichte, die ich mir erzählen kann, damit ich das rechtfertigen kann, damit ich nicht denken muss, meine Eltern sind falsch oder mein Bruder ist falsch, weil das wäre ja viel zu gefährlich, das zu denken, dann müsste ich ja damit sagen, ich lebe hier in einem falschen Umfeld und dann, wenn man das früher gemacht hätte, als Höhlenmensch und in irgendwelchen Tribes, dann wäre man halt ausgegrenzt worden, das heißt, jetzt sehe ich so das Zurückkommen wieder wie so eine, ja, so ein Authentischwerden, ich glaube, so nennst du es ja auch, du selber sagst ja auch, dass Authentizität eine dieser Werkzeuge ist, wie man wieder mehr zu sich kommen kann und dann stellt sich natürlich die Frage, wie werde ich denn authentischer, also ich habe jetzt diese Programmierung, diese Einbildungen, jetzt muss ich ja irgendwie rausfinden, welche davon jetzt weggehen sollen und da kann ich vielleicht irgendwie in meinen Schmerz reingehen, so die das angucken, was sich nicht gut anfühlt in meinem Leben oder was schlägst du da vor? Naja, das ist etwas, was jeder bei sich selbst beobachten kann, das ist auch, könnte man sagen, ist komisch und auch blöd, vielleicht aber, wann wirst du bereit für Veränderung? Das ist die Frage, die muss jeder für sich beantworten. Ja. Wenn alles cool läuft, wenn du von Anfang an ein super glückliches, erfolgreiches, zufriedenes, erfülltes Leben führst, dann suchst du nicht. Also es gibt ja keinen Grund, es ist ja auch kein Fehler in dem System, sondern es ist ja korrekt, warum sollte ich nach was Besserem suchen, wenn ich schon glücklich bin? Wenn schon alles supi ist, gibt es keinen Grund zu suchen. Wir behandeln diesen Schmerz als Krankheit. Also wir denken, da läuft was falsch, scheiße, mir geht es nicht gut, jetzt brauche ich eine Heilung, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft oder ein Mittel oder was auch immer, eine Übung, ganz egal was es ist. Ich brauche etwas oder jemanden, der mich da rausholt. Was ja nur bedeutet, der mir hilft, weiterhin zu verdrängen. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Das ist ja verrückt. Tatsächlich müsste ich mich fragen, was ist denn so schlecht dran? Was ist denn so schlimm an dem Schmerz? Wenn ich den wahrnehmen kann, wenn ich den fühlen kann, komplett mit dem Schmerz sein kann, ohne mir zu denken, der muss weggehen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass er möglichst schnell verschwindet. Das ist ja die klassische Reaktion unseres Egos. Wenn ich die nicht mehr habe oder wenn ich die habe und trotzdem dagegen gehe, in Anführungsstrichen, also sag, ja okay, ich denke jetzt, es sollte weggehen, aber ich könnte ja auch mal den umgekehrten Weg gehen. In dem Moment kann das erste Mal in deinem Leben sich etwas verändern. Vorher kannst du nur die bestehende Verdrängung aufrechterhalten. Das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich, aber ich habe den Schmerz auch gebraucht. Ohne diesen Schmerz wäre bei mir gar nichts passiert. Ohne die Frage, was soll der Scheiß hier und ohne diese komplette Bereitschaft, das war nur ein Moment, das war nicht irgendwie, ich habe nicht vorher meditiert, ich habe mit Spiritualitäten nichts am Hut, also null. Ich mache kein Yoga, ich gehe in keine spirituellen Gruppen, gar nichts, interessiert mich gar nicht. Es war ein Moment in meinem Leben, in dem ich das erste Gebet und bisher auch das einzige Gebet in meinem Leben gesprochen habe. Und das war keine Sprache, das war in mir, aber es war halt vollkommen eindeutig und klar, lieber Gott, ab sofort interessiert mich alles überhaupt nicht mehr, ich will nur noch wissen, was soll der Scheiß hier. Und alles andere ist mir egal. Also das war in einem Moment ultimativ klar und man könnte sagen, wenn man es falsch beobachtet, könnte ich sagen, ab dem Zeitpunkt begann meine Suche, aber das stimmt ja nicht. Ab dem Zeitpunkt war meine Suche beendet. Nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es dann keine Probleme mehr gibt und alles easy peasy ist, sondern in dem Sinn, dass ab dem Zeitpunkt absolut hundertprozentig klar war, worum es geht. Und dass alles andere im Verhältnis zu dieser Frage nicht mehr relevant ist. Das heißt nicht, dass ich es nicht wieder verdrängen konnte, ich konnte das. Und dann wieder mir Gedanken gemacht um meine Geldprobleme und ah, das ist ja auch blöd und scheiße und hätte ich kein Geld, hätte ich Geld, dann würde es mir besser gehen und diesen ganzen Schwachsinn. Aber dieses Gebet sozusagen, das ich aber nicht als Gebet wahrgenommen habe, das ist ja das Verrückte. Wir erleben Dinge und versuchen dann Worte dafür zu finden. Das ist total verrückt. Es war in dem Moment nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich muss mal wieder beten. So passiert das ja nicht. Und das ist das Verrückte, dass wir unser Leben aber so behandeln, als könnte man das durch Worte und Methoden und Zehn-Punkte-Pläne abhandeln. Das geht nicht. Das muss dir passieren. Und das muss tief aus dir heraus ehrlich kommen. Das nennt man authentisch. Und wenn das nicht authentisch, einfach im Moment spontan aus dir kommt und du machst es, weil du es in einem Buch von Stefan Hiene oder Laura Seiler oder Veit Lindau gelesen hast, dann ist es nicht hilfreich. Dann ist es nicht das, was gemeint ist und das verstehen die meisten nicht. Die denken, sie können Spiritualität in Zehn-Punkte-Plänen abhandeln und das ist absolut ausgeschlossen unmöglich. Wird nie passieren. Und das war mein Vorteil. Ich hatte mit Spiritualität null am Hut und nach diesem Gebet lief alles wie auf Schienen. Ich kann das bis heute nicht begreifen, weil das kann man nicht machen. Ich habe Osho gefunden im Internet, war super traurig, dass es den Typen nicht mehr gibt, weil ich wäre überall hingereist, wo der gerade lehrt. Das wäre mir scheißegal gewesen. Indien, Afrika, Asien, scheißegal. Und dann habe ich gedacht, ja okay, scheiße, der ist schon tot, aber jetzt suche ich jemanden, der bei ihm war. Und so habe ich meinen Lehrer gefunden, er hieß damals Samapan, jetzt heißt er Soham und im ersten Satzang war einfach alles klar. Das war einfach alles klar. Ich war nicht erleuchtet und erwacht, wie ich das gehört habe oder gedacht habe, dass das passiert. Aber es hat mein Leben ultimativ verändert. Aber nicht in dem Sinn, wie man sich das vorstellt, so dass ich ab dem Zeitpunkt auf Wolke 7 geschwoben, geschwebt bin, sondern in dem Sinn, da ging der Scheiß erst richtig los. Also so richtig. Ich wollte dann plötzlich nach Gran Canaria und das kann ich mir bis heute nicht erklären, weil ich hatte nie in meinem Leben Bock auf Gran Canaria. Und plötzlich war klar, du gehst jetzt nach Gran Canaria und ich so, ja okay, ist ja offensichtlich. Also da gab es keine Lücke mehr zwischen dem Wunsch und also das, was man normalerweise hat. Man hat doch immer so, wenn man einen Wunsch hat, dann ist man jetzt hier und denkt, ah, wie komme ich da hin? Ja, Ticket kaufen, Flieger reinsetzen, hinfliegen, fertig. Also das ist, ja du sprichst die Sprache nicht, du hast keine Arbeit, du hast kein Geld. Egal, das ist nicht mehr relevant. Das heißt, es ist alles weggefallen, weggefallen, was wir normalerweise als Programm in uns haben. Und das war der Beginn von dem Abenteuer, die geilste Zeit meines Lebens, unfassbar, ein Aussteigerleben geführt, ohne mich als Aussteiger zu fühlen. Das kennst du von den Reportagen, ja, du schaust so eine Reportage auf Kabel 1 oder wo kommen diese La Palma-Aussteiger irgendwo in Höhlen am Meer lebend und so und ich denke mir so, nee, ich will keine Dreadlocks, nee, ich will nicht kiffen, nee, das ist alles nicht mein Ding. Bis ich gecheckt habe, das fühlt sich auch gar nicht so an, wie ich es in der Reportage sehe. Das fühlt sich vollkommen normal an und überhaupt nicht wie, oh Gott, ich habe kein Haus mehr, ich habe keine Wohnung und der ganze Scheiß. Also, das heißt, es war alles Krise, das war dann 15 Jahre tiefste Krise, die ganze Zeit, kein Geld, immer die Frage, wie soll ich überhaupt, wie soll ich das finanzieren, es geht ja nichts und irgendwann komplett drauf geschissen, dass ich kein Geld habe oder wenig und das, besser geht es nicht, also für mich. Wow, ja, das ist eine sehr inspirierende Geschichte. und ich kann mir vorstellen, was jetzt auch bei mir hochkam und vielleicht auch bei vielen Menschen, die das gehört haben, dass man sich fragt, ja, das ist das, was ich will, diese Klarheit, dieses, da kommt was, Gottes Eingebung, manche nennen es vielleicht auch ein Download oder wie auch immer man das nennen möchte, eine Eingebung und dann ist es völlig klar und es gibt keine Zweifel mehr, Zweifel ist ja auch so ein schönes Wort, also ich entzweihe mich, es gibt den einen Teil und den anderen Teil und die kämpfen miteinander und dann, das Ego möchte jetzt eine Methode dafür haben und ich fand es so schön, dass du gesagt hast, Spiritualität ist kein Zehn-Punkte-Plan und dass Spiritualität oft auch hinderlich sein kann, weil es dem Ego noch mehr Werkzeuge gibt, wieder zu kontextualisieren, wieder Geschichten, um alles drumherum zu erzählen und das ist ja nicht das, was wir wollen, aber wie ist diese direkte Art, dieser direkte Zugang, wie komme ich diesen, dieser Klarheit näher, dieser Authentizität, könnte man vielleicht auch sagen. Boah, das ist die gute Frage, keine Ahnung, weil das habe ich nicht gemacht, also es gibt dann für mich ein großes Missverständnis, wenn du zu einem Lehrer gehst, also für mich war es so, ich bin zu einem Lehrer gegangen, weil das der erste authentische Mensch in meinem Leben war und der war für mich authentisch, obwohl er sich innerhalb des gleichen Satzangs oder spätestens verschiedener Satzangs selbst widersprochen hat. Der, der den Widerspruch erkennt, ist der Verstand. Gestern hat er gesagt, so, gestern grün, heute blau, nein, 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 das geht nicht. Das ist der Verstand. Das zu erkennen scheint eine der schwierigsten Dinge für die meisten Menschen zu sein, die es überhaupt gibt. Für mich war das einfach, das war total klar, das heißt nicht, dass mein Verstand weggefallen ist, das heißt nur, ich konnte erkennen, wenn sich der Verstand mal wieder aufregt und im Laufe der Zeit konnte ich erkennen, der Verstand regt sich ja nicht nur auf eine Seite auf, der regt sich auch auf die andere Seite auf, also das heißt, er nimmt immer auch die Gegenposition seiner eigenen Seite ein. Ja, genau. Das ist das, was man bezeichnet mit Engelchen und Teufelchen. Du kannst dich nicht entscheiden, warum nicht. Engelchen sagt ja, Teufelchen sagt nein oder umgekehrt. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Berühmte Textzeile von, wie heißen die, fettes Brot oder so, ne? Ja, genau. Das ist etwas, was nur in uns ist. Das gibt es da draußen nicht. Aber wir tun so, als gäbe es diese Realität, weil wir sie so erleben. Weil wir zweifeln. Ja, wir sind entzweit. Engelchen und Teufelchen. Und wir denken immer noch, nee, nee, das Gute ist da draußen und das Böse auch. Und dann ist es super geil, dass es da draußen scheinbar tatsächlich gute und böse Menschen gibt, weil dann können wir das, was in uns ist, richtig toll nach außen projizieren. Dann können wir sagen, ah, Mutter Teresa, herzensgut. Keine Ahnung, was sonst noch. George Bush oder Hitler, wer auch immer. Ganz böse. Und dann haben wir diese einfache Welt, wie sie in uns ist, auch da draußen und wir denken, das ist alles draußen. Das ist nur in uns. Das gibt es da draußen nicht. Das existiert nicht. Aber wir können es uns halt einbilden und diese Einbildung geht viel tiefer, als es die meisten wahrhaben wollen. Das ist nicht nur so, früher habe ich SPD gewählt, jetzt wähle ich CDU. Das ist nicht das, was gemeint ist. Es gibt nicht diese faktische Wahrheit im Sinn von, es gibt eine ultimative Wahrheit, wissenschaftliche Wahrheit sozusagen, wo ich sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Gibt es nicht, geht nicht. Absolut unmöglich. Es gibt nur was, was in dir ist. Was du von dir aus weißt, was gut ist und was du von dir aus weißt, was nicht gut ist oder was du nicht gerne tust. Und da musst du ehrlich werden und zwar nicht gegenüber anderen, was wir immer denken, so ha, nicht lügen. Du belügst dich die ganze Zeit selbst. Wir belügen uns selbst. Die ganze Zeit, den ganzen Tag. Weil wir so tun, als wären wir entzweit. Wir sind aber nicht entzweit. Wir sind eins mit verschiedenen Stimmen in uns. Das ist alles. Und das ist unsere Einbildung. Das gibt ja, je intensiver, je krasser das Trauma ist, gibt es ja Menschen, die sogenannt schizophren sind. Multiple Persönlichkeiten. Das haben wir alle. Nur halt nicht in dem krassen Ausmaß, deswegen fällt es nicht so auf. Also wir leben in einer Freiluft-Irrenanstalt. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach, jeder ist traumatisiert. Außer du bist einer von den zwei, drei Menschen, die wahnsinniges Glück hatten und die besten Eltern aller Zeiten. Die selbst schon den Weg gegangen sind und die Arbeit in sich gemacht haben. Und das heißt nicht nur, weil jemand spirituell ist oder auf dem spirituellen Weg, dass der seinem Kind keinen Scheiß mehr übertragen kann. Das ist auch gar nicht das Ziel. Darum geht es gar nicht. Ja, das finde ich total schön, was du gesagt hast. Das heißt, in dir, in meinen Worten würde ich es so beschreiben, ist Bewusstsein dafür entstanden, dass da diese Gedanken sind, die zum Beispiel bei deinem spirituellen Lehrer jetzt gesagt haben, oh, heute grün, morgen blau, das kann ja nicht sein. Das hast du also erkannt und aus dieser Erkenntnis heraus, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man ehrlicher zu sich selber sein kann und wie man mehr zum Beobachter des inneren Spiels wird, als so involviert zu sein und mit einem Teil identifiziert. Also eine gewisse Disidentifikation vielleicht auch mit den Teilen, die einen zweifeln lassen. Und würdest du sagen, das ist dann vielleicht ein Weg oder das war dann auch dein Weg zu mehr Authentizität, dass du das erkannt hast oder was ist dann passiert? Ja, das ist eindeutig das. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Und das geht nicht, das ist eine Unmöglichkeit. Das kann man nicht beibringen, ich kann nur darüber reden. Aber das ist mit dem, worüber wir reden, das ist total spannend. Ich hatte zum Beispiel eine spirituelle Erfahrung, würde ich es nennen. Wenn ich, und meine Erfahrungen waren aber nicht die Worte, die ich jetzt dann verwende. Das ist total irre. Meine Erfahrung war, wow, es ist alles unendlich und ewig. Aber das war nicht die Unendlichkeit und Ewigkeit, über die ich noch vor fünf Minuten gesprochen hätte, weil die war rein als Konzept in meiner Birne. Das war keine Erfahrung. Es war nur so, Zeit ist unendlich, Raum ist unendlich, super, okay. Kann sich keiner vorstellen, jeder weiß, wenn da eine Mauer ist, danach geht es weiter und dann geht es wieder weiter. Wie sollst du dir Unendlichkeit vorstellen? Geht nicht. Aber du kannst sie fühlen. Das weiß ich aber erst, seit ich diese Erfahrung hatte. Und jetzt kann ich so drüber sprechen, als wäre das eine coole Erfahrung gewesen und in Wahrheit war es scheiße für mich. Und das beobachte ich bei vielen, nicht unbedingt bei den spirituellen Lehrern, von denen ich was halte, aber in der spirituellen Szene beobachte ich das oft, dass die Erfahrung als Konzept verkauft wird und so getan wird, als hätte man selbst dazu beigetragen. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich bin meinen Weg gegangen, ja, aber das hätte passieren können und es hätte genauso nicht passieren können. Das liegt nicht in meiner Macht und das Ego... Bitte? Das will halt keiner hören, dass es nicht in deiner Macht lag. Ja, das wissen wir. Niemand will, dass man ehrlich ist, weil die Menschen nicht selbst zu sich ehrlich sein können. Ich kann nichts anderes, ich kann keinen Scheiß mehr erzählen, das geht nicht. Ich kann meine Erfahrungen... Natürlich kann man sagen, ja, wenn du erfahren willst, wie es ist, Rad zu fahren, musst du Rad fahren. Ja klar, logisch, habe ich gemacht auf Gran Canaria, Tag und Nacht, war geil. Aber was ich währenddessen erlebe, kann ich nicht steuern. Und selbst das, dass ich nach Gran Canaria gegangen bin, ich habe das nicht gesteuert. Das ist so verrückt, das zu sehen, aber es ist auch so eindeutig und klar für mich. Es gibt da keinen Zweifel mehr, ich mache das nicht. Es gibt da keinen in mir, der sagt, wow, jetzt... Also das gibt es natürlich schon als Wunsch, aber als Wunsch ist es ja nicht deine Erfahrung, weil dann ist ja wieder was, steht ja wieder was zwischen dir und dem Wunsch. Und dann fährst du ja gar nicht hin. Das halte ich für den größten Fehler in einem Teil der spirituellen Szene, dass die Coaches, Persönlichkeitsentwickler, wer auch immer, so tun, als könntest du das machen. Das kannst du nicht machen. Geht nicht. Mein Weg war aufzugeben, weil das ist Hingabe. Wenn ich einfach sage, ja okay, ich kann mir jetzt die nächsten tausend Jahre noch was wünschen. Das geht. Also nicht tausend wirklich, aber vielleicht noch die nächsten Leben, keine Ahnung. Oder ich kann einfach sagen, naja, wenn es nicht da ist, soll es nicht sein. Umgekehrt, wenn es da ist, soll es auch sein. Und was meine Erfahrung ist, dass ich in der Präsenz eines Lehrers, der das tatsächlich lebt, ich würde behaupten, das ist ein passiver Prozess gewesen. Ich habe einfach getrunken. Ich habe es einfach in mich reingeflossen. Ich hatte gute Tage im Satsang, ich hatte schlechte Tage. Ich habe auch ganz viel online gehört, also hunderte, wenn nicht tausende Stunden. Und das war dann irgendwann, da ist dann, am Anfang war Zweifel und immer wieder Widerspruch und ah, soll ich das wirklich so machen, wie der sagt? Vielleicht spinnt der ja auch oder keine Ahnung. Und je mehr ich das gemacht habe, desto selbstverständlicher ist geworden und dann gab es irgendwann keinen Unterschied mehr. Dann ist es weggefallen. Dann war einfach vollkommen, hundert Prozent klar, ja, der hat recht. und es gibt keinen Widerspruch zwischen Manifestation und Hingabe. Das ist das Gleiche. Das ist absolut identisch. Aber das erlebt man nicht, solange der Verstand manifestieren will. Solange der Verstand sagt, ah, wir manifestieren uns, Reichtum, vergiss es. Ja, da kannst du tausend spirituelle Wege gehen, wie du zu Reichtum kommst. Du wirst nichts erreichen. Selbst dann, wenn du Geld manifestierst, weil dann wirst du plötzlich merken, scheiße, das ist es auch nicht. Jetzt habe ich es manifestiert und ich bin immer noch nicht glücklich. Das ist eigentlich geil, weil dich das Leben immer wieder auf dich selbst zurückwirft und du merkst, ja, okay, das war es auch nicht. Solange du es noch denkst, dass es was anderes ist als du. Boah, das war auf jeden Fall sehr kraftvoll. Das hat mich berührt, dieser Satz, den du gesagt hast, Hingabe und Manifestieren ist ein und das Gleiche, ein und dasselbe. Das kann man auf jeden Fall mal sacken lassen. War das denn auch das, das hatte ich mich nämlich gerade noch gefragt, als du von deinem spirituellen Lehrer auch erzählt hast, war das denn auch so diese Botschaft, dieses gib dich hin, gib dich hin, gib dich hin oder was würdest du sagen, war das, womit du dann noch so ein bisschen erst gekämpft hast und was dann dir immer mehr einfach zu deiner Wahrheit wurde? Seine wesentliche Aussage war, fühl dein Gefühl im Körper. Und das ist Hingabe. Das habe ich aber nicht gewusst. Hat er dich ausgetrickst. Sozusagen, ja, uns alle. Das ist was Faszinierendes. Diesen Satz hat er pro Satzang mindestens, ich weiß es nicht, 20 bis 100 Mal gesagt, ich weiß es nicht, habe nicht mitgezählt. Und auch da war schön zu erkennen, der Verstand sagt, ja, jetzt weiß ich es. Langsam, aber sicher, habe ich es kapiert. Ich bin ja nicht blöd. Wie oft willst du das noch sagen? Und das Gefühl sagt was ganz anderes. Gefühlt ist es jedes Mal wieder reingelaufen und wieder reingelaufen und wieder reingelaufen. Das liegt einfach daran, weil der Verstand extrem stur ist. Der will sich nicht hingeben. Der will nicht sagen, ich gebe auf, ich lasse es ein. Den ganzen Scheiß, den ich fabriziert habe über Jahre, den lasse ich einfach sein. Das ist das Letzte, was er tun wird. Du musst ihn also auf eine gewisse Art und Weise dazu zwingen. Also du musst, das ist das, was ich als Deprogrammierung bezeichne. Im psychologischen Bereich heißt es, glaube ich, paradoxe Intervention. Du musst einfach etwas machen, was dem Verstand widerspricht. Also wenn der Verstand sagt, ich habe so Angst zu springen, ich habe so Angst zu springen, musst du mal springen. Bungee Jumpen zum Beispiel. Da habe ich aus eigener Erfahrung, vorher hätte ich das nicht gewusst, ich hätte gedacht, der Flug ist geil. Stimmt gar nicht. Für mich war der Flug gar nichts. Für mich war der Moment, in dem man kippt und weiß, ich könnte noch zurück, aber jetzt irgendwann geht es nicht mehr. Also nur dieser Moment, wo du nicht mehr zurück kannst, da geht es ab in deinem Körper. Das ist der Moment, weil alles widerspricht dem, dass du da runter springst. Weil es könnte ja sein, du bist gar nicht angeleint. Und es könnte sein, das Seil ist zu lang. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass es schief gehen kann. Und du machst es trotzdem. Und das ist der Kick, dass du es machst, obwohl alles in dir sagt, nee, mag es nicht. Und beim Bungee-Jumpen verstehen wir das, vielleicht auch beim Fallschirmspringen oder Achterbahnfahren, sowas in die Richtung. Aber im normalen Leben verstehen wir das nicht. Im normalen Leben folgen wir unseren Programmen. Die sagen, nein, nein, das geht nicht. Du musst Abitur machen, studieren und dann geht es weiter, aufwärts. Und dann merken sie plötzlich, wow, ich bin angekommen. Stimmt ja gar nicht. Merkt kein einziger. Es geht ja weiter. Also es werden ja, in der Schule hast du ja Klassen und das Ziel von jeder Klasse ist die nächste Klasse. Du wirst in einem Hamsterrad gefangen von Anfang an, weil das Ziel ist immer nur das, was danach schon geplant ist. Es gibt gar keine Freiheit, es gibt gar keine Möglichkeit der Entwicklung, dass du sagst, naja, das Ziel von der dritten Klasse war, dass ich ausgestiegen bin aus der Schule, weil ich habe gemerkt, das ist scheiße. Ja, das ist nicht vorgesehen. Ja, und was hast du dann, wenn du deine Schule abgeschlossen hast, machst du eine Ausbildung oder studierst weiter, was ist das Ziel davon? Ja, dein Diplom oder deine Meisterprüfung oder was. Ja, und dann? Ja, dann fängt erst mal die Arbeit an und hat dann jemand das Gefühl, dass er angekommen ist. Keine einzige Sau. Niemand hat das Gefühl, dass er dann nach der Ausbildung, nach dem Studium angekommen ist. Dann geht das Gleiche ja innerhalb eines Unternehmens wieder los. Und dann willst du aufsteigen und dann willst du eben irgendwann Meister sein. Ja, und was ist dann, wenn du Meister bist? Gar nichts. Ja, und es wird einfach nicht zu Ende gedacht. Genau, es wird überhaupt nicht, also wir können es noch nicht mal zu Ende denken, geschweige denn zu Ende fühlen. Uns ist nicht klar, dass da nichts mehr kommt. Das ist mir irgendwann so klar geworden, das kann man aber auch nicht machen. Ich habe einfach nur gemerkt, alles, was ich in die Zukunft projiziere, jeder Wunsch, jede Idee von einem noch tolleren, schöneren Gefühl, von egal was es ist, mehr Geld, bessere Partnerschaft, tollerer Sex, Anerkennung, mehr Anerkennung, mehr Berühmtheit, egal was es ist. Das wird nicht das sein, was ich mir jetzt vorstelle, das ist das Erste. Ich werde nicht das fühlen, was ich jetzt denke, dass ich fühlen werde. und das Zweite ist, da kommt nichts anderes mehr als das, was ich schon erlebt habe. Es kommen gute Gefühle, es kommen schlechte Gefühle, das ist alles und irgendwann sterbe ich. Und jetzt kann ich daraus ein neues Hamsterrad machen und das machen viele aus der Spiritualität. Sie machen einfach ein neues Hamsterrad, parallel zu dem Hamsterrad, das sie schon kennen. Die Spiritualität ist aber genau das Gegenteil vom Hamsterrad. das ist bereit, aus diesem scheiß Hamsterrad auszusteigen. Und zwar echt. Es gibt ja viele, die sagen, oh, Ausstieg aus dem Hamsterrad, ich zeige dir, wie du selbstständig wirst. Haha. Als ob du als Selbstständiger nicht auch im Hamsterrad sein könntest. Das Hamsterrad ist hier oben. Das ist nicht draußen irgendwie so, oh, da ist ein Hamsterrad, ich bin eingestiegen, ich steige wieder aus und ich mache mich selbstständig. Null. Du kannst als, ich sage es ganz hart, als Sklave genauso aus dem Hamsterrad aussteigen wie als Selbstständiger. Das geht in beiden Fällen. Du kannst auch für einen Arbeitgeber arbeiten und trotzdem innerlich aus dem Hamsterrad aussteigen. Und du kannst selbstständig sein und die ganze Zeit im Hamsterrad sein und dann irgendwann aussteigen und merken, ja, entweder ich mache was anderes oder ich mache sogar das Gleiche, aber anders. Es geht nie um das Was, es geht immer um das Wie, es geht immer um das, wie du dich fühlst dabei. Das Was ist so unbedeutend und das checken die Leute auch wieder nicht beim Thema Berufung. Das ist alles so krank, das ist alles so verquer, weil einfach dieser Scheißverstand in jedes Ding reingrätscht und immer sagt, oh, Berufung, sehr geil, da machen wir was draus, wo wir Geld verdienen. Kann gar nicht sein. Das darfst du nicht mehr miteinander verbinden. Wenn das trotzdem funktioniert, schön. Aber das ist nicht das Ziel von der Berufung, dass du Geld verdienst. Das Ziel von der Berufung ist dein innerer Weg. Das ist was ganz anderes. Ja, das ist richtig absurd. Oder wie du auch eben gesagt hast, Spiritualität wird zum Hamsterrad, wenn ich dann erstmal noch erleuchtet bin. Ja, die Erleuchtung, das ist es. Das, wenn ich das geschafft habe, dann geht es mir endlich gut. nur noch ein bisschen mehr meditieren, nur noch ein bisschen mehr Yoga machen, dann bin ich endlich erleuchtet. Und auch dieses Angekommensein, Ankommen, mir kam irgendwann einfach die Erkenntnis, nichts von dem, was man versucht zu erreichen durch mehr tun, wird man letztendlich durch mehr tun erreichen, sondern durch weniger tun. Also kann man sich eigentlich nur fragen, was tue ich denn noch, das mich denken lässt, ich sei noch nicht angekommen, was denke ich denn noch, was tue ich denn noch, was glaube ich denn noch tun zu müssen und dann das bewusst wahrzunehmen, wie du gesagt hast am Anfang, dort den Verstand und die Gedanken zu beobachten, wie sie es schaffen, eine Illusion zu kreieren, ein Spiel zu spielen mit demjenigen, der das wahrnimmt. Absolut. Und ja, das passt ja auch sehr gut zum Begriff der Entbildung, also das Enttun sozusagen. Voll. Das ist genau der Punkt. Sehr geil. Ja, mega cool. Dann, ich finde, das war ein mega schöner Abschluss und du hast es gerade auch total gut auf den Punkt gebracht, dieses Hamsterrad nochmal auch so zu erklären, wie du es siehst und nicht, wie es für gewöhnlich immer verkauft wird, was das Hamsterrad sei, nämlich irgendwie einfach nur in so einer, in einem 95-Job gefangen sein, was gar nichts mit der inneren Welt und den inneren Gefühlen zu tun hat. Und ich würde deswegen gerne jetzt an dem Punkt nochmal das Thema wechseln zu dem Thema Beziehungen, Intimität, Liebesbeziehungen, was ja eine riesengroße Rolle auch spielt in unserem menschlichen Dasein. Und ich habe das Gefühl, auch hier, wenn wir mit anderen Menschen intim werden, uns mit denen verschmelzen, uns ganz, ganz verletzlich machen, spielt ja auch wieder dieses Thema Trauma oder diese Einbildung, die wir haben, auch wieder eine große Rolle, weil wir dann so ein bestimmtes Bild vielleicht haben, wie eine Beziehung auszusehen hat, was eine Beziehung mir geben muss. Ja. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, was passiert denn durch die Entbildung mit Beziehungen? Also wenn ich in eine Beziehung gebe, was verändert sich dadurch, dass ich mich entbilde? Ich gehe vollkommen anders ran an der Beziehung. Das heißt, die meisten Menschen, wie du gesagt hast, wollen was vom anderen. Für mich ist eine Beziehung eine Herausforderung. Und zwar ernsthaft. Richtig. Für mein Ego. Ich habe mein Leben lang, war ich praktisch, könnte man sagen, nicht mein Leben lang, aber meine Jugend lang, war ich unglücklich verliebt. Ja, das ist nie auf Gegenseitigkeit gestoßen, sozusagen. Und da hätte ich sagen können, das ist Liebe. und ich merke, es ist etwas ganz anderes. Also für mich ist, wir kommen nicht zusammen, weil wir uns lieben. Das denken wir. Das ist das, was wir fühlen. Der Verstand geht davon aus, dass alles ein Hindernis ist und dass das dann nicht mehr funktioniert. Wenn man sich verändert, weil der Partner bleibt ja gleich, der ist ja eh manchmal blöd und nicht so, wie man ihn gerne hätte, aber das kann beides passieren. Es kann sein, dass man sich anschließend trennt und sagt, ja, das geht halt nicht mehr, weil ich habe mich jetzt verändert oder es kann sein, dass man mit dem Partner viel besser klarkommt als vorher. Es geht beides. Es gibt kein, das ist das Schöne an der Spiritualität, es gibt kein Ergebnis, das man vorhersagen kann. Das wäre hochgradig unseriös und auch vor allem unreflektiert gegenüber meinem eigenen Leben. Ich gehe mit jedem Thema, was ein blödes Wort dafür ist, in meinem Leben so um, wie mit meinem ersten Thema. Nämlich, ich sehe es als Herausforderung. mein Ego wird herausgefordert, meine Programme werden herausgefordert, es kommen Seiten von mir zum Vorschein, die ich nicht cool finde, die ich aber auch nicht unterdrücken kann und auch nicht unterdrücken sollte, weil die Lösung ist, weder Unterdrückung noch Ausleben. Und das ist ein, komischerweise für viele Menschen ein schmaler Grad, für mich ist es überhaupt keine Frage, zwischen, ja, sage ich es ihm, sage ich ihm, dass er blöd ist oder sage ich es ihm nicht. Das haben ganz viele, haben dieses Thema in ihrer Beziehung. Es geht nicht darum, ob du es sagst oder nicht sagst. Es geht darum, was du in dir wahrnimmst und was du damit machst. Ob du weiterhin willst, dass der andere zuständig ist für deine Gefühle und sich doch bitte gefälligst ein bisschen besser verhalten sollte dir gegenüber, damit es dir nicht so schlecht geht oder ob du das als Möglichkeit, dein Ego zu konfrontieren, nimmst. Und wenn du den klassischen Verlauf einer Beziehung nimmst und sagst, ja, erst ist halt die Verliebtheitsphase und die dauert unterschiedlich lang und irgendwann merkt man dann, oh shit, der andere hat komische Eigenarten, die ich nicht so cool finde, spätestens wenn man zusammenzieht, dann ist die Frage, was macht man daraus jetzt? Ist das dann keine Liebe mehr? Ist es dann blöd? Muss man sich dann trennen, weil es gibt bestimmt noch bessere Partner oder nutzt man diese, wie auch immer man das nennen will, diese Unstimmigkeiten, diese Herausforderungen, diese Gefühle, die in einem stattfinden, für seine eigene Heilung, denn dafür sind sie da. Und die meisten nutzen es, um zu sagen, nee, nee, das liegt schon am anderen, der ist blöd. Also in dem Bereich ist er wirklich blöd, also das musst du jetzt wirklich einsehen. Ich kann viel ertragen, aber das nicht. Und dann stellt sich die Frage, ja, okay, warum? Und wir wollen da immer eine Grenze ziehen, wir wollen dann immer sagen, ja, aber komm, Stefan, bis zu dem Punkt und nicht weiter. Da gibt es eine rote Linie. Die darf man nicht überschreiten. Ich verstehe, dass man das meinen kann, aber tatsächlich gibt es die nicht. Das ist immer eine Einbildung. Und die Frage ist, wieso gehe ich davon aus, dass der Partner sich nur durch Zwang oder Lob ändert? Ja, also ein positives Verhalten will ich lobend unterstützen. Wir sagen, ja, genau so will ich das, das ist so toll, danke, dass du so bist. Und ein negatives Verhalten will ich sagen, nee, nee, aber du so nicht mit mir. Also immer dieses klassische Ding, Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche findet innerhalb der Programmierung statt. Das ist das Hamsterrad, das ist immer Engelchen und Teufelchen, immer das gleiche Spiel. Und da bin ich immer darauf fokussiert, dass ich die Außenwelt so manipuliere, damit ich happy bin. Hat noch nie funktioniert, funktioniert nicht, wird nie funktionieren. Du wirst nie glücklich werden dadurch, dass du die Welt außerhalb von dir manipulierst. Du wirst immer nur glücklich, indem du dir deine Innenwelt anschaust und radikal ehrlich zu dir bist und zugibst, warum stört mich das? Und warum dich das stört, sind keine Gedanken, auch wenn das viele meinen. Sehr viele Menschen sind der Meinung, ich kann dir schon genau sagen, warum der mich stört und ich kann dir genau sagen, warum das ein Arsch ist und wie der mich behandeln sollte, gefälligst. Das ist nicht der Grund. Der Grund sind Körperempfindungen. Körperempfindungen sind keine Gefühle, die haben keinen Namen, das sind einfach nur Energien, könnte man sagen, das muss man selber herausfinden, wie man das dann beschreiben will, ist vollkommen unwichtig. Die Frage ist, was nimmst du wahr? Und wenn man das ehrlich beschreibt, ist das Maximale, was man noch sagen kann, naja, da ist Druck, da ist ein Stechen, da ist Hitze und wenn man das noch genauer untersucht, merkt man, nicht einmal diese Worte sind die Wahrheit. Und dann kommt man in einen Raum jenseits der Worte und um den geht's, um nix anderes. Das heißt nicht, dass der Raum schön ist, muss ich dazu sagen, das heißt nicht, dass du so, ah geil, ich bin im Raum jenseits der Worte, sondern das ist nur, dann bist du bei dir. Das verbinden viele auch so mit, oh, dann ist alles schön, wenn ich bei mir bin. nee, dann bist du das erste Mal authentisch, dann bist du ehrlich, dann kannst du sagen, das fühlt sich nicht gut an, aber ich kann es fühlen. Das heißt, ich sterbe dadurch nicht, ich kann das jetzt wahrnehmen und jetzt kann ich mir da mal komplett in dieses Gefühl hineinsterben. Was ganz was anderes ist, als das, was wir denken, dann bin ich ja tot, nee, du lebst weiter, aber etwas in dir ist gestorben. Im Idealfall ein Teil deines Egos. Und das, das nämlich immer sagt, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus, das geht nicht, das halte ich nicht aus. Es gibt einen sehr geilen Film zu dem Thema von Guy Ritchie. Unfassbar, das ist für mich der beste Film aller Zeiten. Komplett untergegangen, hat keiner mitbekommen, dass er den gemacht hat und hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut, um ehrlich zu sein, weil der macht ja auch viel komischen Klamauk und so Zeug, den ich nicht so tiefgründig finde, sage ich jetzt einfach mal. Und der Film heißt Revolver. Und das ist der unfassbarste Film. Und der wird im Abspann sogar erklärt von spirituellen Lehrern, Psychologen, Philosophen und keine Sau hat ihn verstanden. Und es ist so geil, weil in dem Film geht es nicht um die Geschichte, die außen stattfindet, sondern es geht genau um das, was ich gerade beschrieben habe. Engelchen, Teufelchen, hin und her, die inneren Stimmen und so weiter. Und es ist bezeichnend, dass den keiner verstanden hat, weil wenn den alle verstanden hätten, dann wären wir alle schon erleuchtet. Ja, den ziehe ich mir rein, kenne ich noch nicht. Danke für die Empfehlung. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich kann jetzt das Gefühl von Gespanntheit in meinem Körper wahrnehmen. Und ich finde es auch total spannend, dass du dieses Thema genannt hast, weil das ist genau mein Beziehungsthema gewesen in meiner letzten Beziehung. Das heißt, wir können jetzt hier auch mal ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Ich habe so bei mir festgestellt, ich habe alles mit Wachstum gerechtfertigt. Also alles, was passiert ist, wo mein Verstand dann so gesagt hat, ja, so geht es nicht oder so, habe ich dann immer gesagt, ja, nee, Moment mal, du bist doch hier, du bist doch der spirituelle Yannick. Du willst doch hier wachsen. Das ist schon okay, dass das jetzt passiert. Du nimmst das jetzt mal als eine Wachstumschance. Und das hat natürlich auch manchmal sehr gut funktioniert. Ich wurde getriggert und die Gefühle kamen. Ich habe sie beobachtet. Ich bin reingegangen. Hey, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich, dass diese Gefühle passieren? Oder wie fühlt sich das Gefühl in meinem Körper an, so wie du es gerade beschrieben hast? Und dann bin ich auch zu dem Punkt gekommen, wie du jetzt gesagt hast. Es gibt doch irgendwo so eine rote Linie. Jetzt leide ich doch so sehr. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich, wann wäre es einfach viel besser, schöner, was auch immer, mir eine andere Partnerin zu suchen, bei der ich zwar auch manchmal getriggert werde, aber nicht die ganze Zeit, sodass ich nicht irgendwie so darin untergehe, weil ich habe ja auch noch andere Lebensbereiche und gleich kann jetzt 100 Prozent meiner Beziehung widmen und ganz viel, es ist ja auch immer mit Anstrengung verbunden, wie du gerade gesagt hast. Und ich denke, für jeden Menschen ist dieser Messgrad ja auch woanders. Manche brauchen sehr viel Harmonie. Andere Menschen sagen, geil, gib mir mehr davon. Ich will sterben. Ich will da reinsterben, wie du so schön gesagt hast. Und da bin ich so ein bisschen daran verzweifelt. Da haben wir wieder das Wort, Zweifel. Wie ich das für mich selber herausfinden kann. Und ich glaube, so geht es vielleicht auch vielen anderen Menschen. Das ist eine unfassbar gute Frage. Das Problem daran ist, das kann dir keiner abnehmen. Das kann keiner für dich entscheiden. Da kann dir keiner sagen, ja, aber jetzt reicht es wirklich. Also schau mal, jetzt hat sie dich geschlagen. Jetzt wird es Zeit. Weil, ich kann es gar nicht richtig begründen. Erstens, jeder ist individuell. Der eine hat da seine Schmerzgrenze, der andere ganz woanders. Beim einen müssen erst, keine Ahnung, Flaschen durch die Wohnung fliegen. Und beim anderen ist schon, beim ersten schrägen Blick reicht es. Es gibt etwas, was sehr verwirrend ist oder sein kann. Und es ist Klarheit. Verrückterweise. Wir kommen, der Verstand hat keine Lust zu warten, bis etwas klar ist. Klar ist es nicht aufgrund Gedanken. Also der Verstand will durch Gedanken Klarheit erzeugen. Tatsächlich erzeugt er dadurch das Gegenteil, weil du zu jedem Gedanken immer auch das Gegenteil denken kannst. Das ist ganz einfach. Byron Katie hat daraus sogar eine Methode gemacht. Einfach um den Verstand zu verwirren und zu sagen, kannst du dir sicher sein? Nö, natürlich nicht. Wenn du die Frage ehrlich beantwortest, musst du immer sagen, einen alten Scheiß weiß ich. Und so funktioniert der Verstand. Er kann immer beide Positionen einnehmen. Das heißt, solange du versuchst, mit Durchdenken zu Klarheit zu kommen, kommt keine Klarheit. Kann nicht sein. Sondern genau das Gegenteil. Es kommt Verwirrung. Zweifel. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? In dem Moment, in dem Klarheit da ist, gibt es keine Frage mehr. Da musst du aber aufpassen, deinen Verstand zu beobachten, weil natürlich kann der noch reingrätschen und sagen, naja, ob das jetzt so eine gute Entscheidung ist. Da musst du schauen, was ist das erste Gefühl vor dem ersten Gedanken. Und das reicht nicht, wenn dich deine Freundin mal kurz triggert, dass du sagst, ja, ja, aber jetzt hier Gefühl, also du weißt, jetzt reicht es. Sondern das ist etwas ganz anderes. Es ist eine Klarheit jenseits der Worte, jenseits dessen, dass du es abwägen kannst. Also das ist genau etwas vollkommen anderes als das, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, wie in der Schule, Erörterung, drei Argumente pro, drei Argumente kontra. Das ist, die Menschen komplett in den Verstand führen. Und weg von ihrer Intuition. Denn die Intuition argumentiert nicht. Die Intuition ist auch nicht massiv. Die ist nicht so, hey, hör mal her, hör mal zu hier, ich habe dir was zu sagen. Mach doch. Sondern die Intuition ist total sanft, die ist total gutmütig und die will gar nichts von dir. Die sagt nur, hey, also die sagt gar nichts, die fühlt nur, die merkt, nö, das nicht. Die ist auch nicht im Widerstand, die muss nicht demonstrieren, die muss nicht protestieren, die muss sich nicht aufführen. Die ist einfach nur da und sagt, du, das lassen wir mal. Oder ja, das fühlt sich gut an, das machen wir. Und dann kommt der Verstand, erst hinterher. Wir tun immer so, als hätten wir die Intuition verloren. Wir haben sie nicht verloren. Wir haben die Intuition überdeckt mit unfassbar vielen Gedanken. Vom Prinzip her nicht, in dem Sinn, gar nicht mit Gedanken, sondern mit unserem Fokus. Das heißt, die Gedanken sind da. Gedanken können auch da sein. Die sagen, ah, pro, contra, pro, contra. Die Frage ist, wer gibt dem die Aufmerksamkeit? Wer lenkt seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Gedanken? Oder überhaupt auf die Gedanken? Wer nimmt die so wichtig? Und das, der Teil, der das macht, den kann keiner beschreiben, das checkt auch keiner, das kann man nicht in Worte fassen, das bist du. Und du hast, oder ich, ich habe die Gewohnheit, meinen Fokus auf die Gedanken zu legen. Das ist eine Gewohnheit, die kann ich im Laufe der Zeit ändern. Und ich ziehe meinen Fokus von den Gedanken ab, indem ich ihn auf irgendetwas anderes lege. Das ist eigentlich die einzige Übung, die es gibt, die einzige spirituelle Übung, ist die, den Fokus abzuziehen von den Gedanken. Weil die Gedanken können dich immer verarschen, fehlleiten. Die können gar nichts entscheiden. Es ist absolut unmöglich, dass die Gedanken jemals was zu deiner Zufriedenheit entscheiden. Das geht nicht. Ja, fühle ich total. Vor allem, die drehen sich auch so im Kreis. Und die haben ja auch diese Eigenschaft, der Verstand so, stabilisierender Gedanke, wieder ein destabilisierender Gedanke, wieder ein stabilisierender Gedanke, wieder ein destabilisierender Gedanke. Das ist ja einfach nur der Tanz die ganze Zeit. Und dann guckt man sich so den Tanz an und denkt so, wann hören die wohl jetzt endlich mal auf zu tanzen? Und auf einmal ist so einer da und der ist es dann so. Das ist es dann so, die Entscheidung. Man wartet auf das, was niemals passieren wird. Ja, genau. Und deswegen total schön, wie du das gesagt hast. Und es passt auch sehr gut zum Beispiel zu den beiden, oder zwei der letzten Folgen, wo wir über das interne Familiensystem gesprochen haben, wo man versucht hat, in der Therapie, für das es keine Worte gibt, was du gerade auch beschrieben hast, das, was wir sind, Worte zu finden, so das selbst mit einem großgeschriebenen S, was sozusagen kein Anteil von uns ist. Also wenn man sozusagen unsere Innenwelt, unsere Gedanken mit Anteilen beschreiben wollen würde, dann wären das eben diese ganzen Anteile, die inneren Konflikte. Und dann fragt man sich, was ist denn kein Anteil von dir? Was ist denn da, was kein Anteil ist? Und da hat man dann herausgefunden, oder dieser Psychotherapeut, Richard Schwartz, der das System erfunden hat, hat herausgefunden, Moment, dieses, was du jetzt gerade auch so ein bisschen Intuition genannt hast, oder unbeschreibbar, dieses hat anscheinend doch irgendwie bestimmte Eigenschaften. Das ist inhärent, von Natur aus, klar. Also da ist einfach eine Klarheit, aber nicht eine Klarheit, weil wir mehr darüber nachdenken, sondern eine Klarheit, die einfach inhärent da ist, als ein Sein. Genauso wie in dem Moment auf einmal auch eine gewisse Ruhe da ist, eine Stille. Und das sind dann so natürlich alles wieder Worte, die niemals dahin kommen, aber die versuchen, das zu beschreiben. Und ich habe das gerade total geliebt, dir zu lauschen, wie du das beschrieben hast, weil das genau mit meinem Erfahrungsraum auch kohärent ist natürlich, so wie es die Wahrheit ja immer sein muss. Und zwar das, als ich dann in diese Gefühle hineingegangen bin, also meine Aufmerksamkeit von den Gedanken weg auf die Gefühle gelegt habe, auf etwas anderes, da ist mehr Klarheit entstanden. Weil, ja, weil auf einmal alles, was Unklarheit schafft, mehr und mehr an Lautstärke verloren hat, könnte man sagen. Ja, genau. Ja. Das ist, für mich ist es etwas sehr Komisches, hier zu sitzen und das zu beschreiben, weil über Jahre, während ich das von meinem Lehrer gehört habe, hat sich das angehört und angefühlt, wie etwas sehr weit Entferntes, wie etwas, was gar nicht zu erreichen ist. Ja. Weil, da bin ich nicht. Also, so ehrlich konnte ich zu mir sein, da bin ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da jetzt 100% bin oder sowas, aber, was da passiert ist, ist viel weniger spektakulär, als ich das angenommen habe. Es ist nicht das, was sich der Verstand vorstellt, während er das noch hat und während diese Programme ablaufen und während der komplette Fokus auf diesen Programmen ist. Das andere ist viel einfacher, natürlicher und für mich, heißt nicht, dass es andere, nicht andere geben darf, für die das spektakulär ist, aber für mich extrem unspektakulär. Extrem einfach, kein wow, ich schwebe die ganze Zeit oder irgendwie sowas, sondern einfach nur, ja, ist so einfach, ich brauche noch nie mal drüber nachdenken. Und in diesem Zustand nehme ich die Welt dann auch ganz anders wahr. Das heißt, das, was in den letzten drei Jahren so los war, das hat mich temporär, peripher, muss man sagen, temporär, peripher, nicht mal so richtig berührt. Außer, natürlich kann ich mich noch aufregen, habe ich gar kein Problem, damit, ich kann auch Widersprüche sehen, ich kann auch was lustig finden, ich kann auch was scheiße finden, aber aus einem ganz anderen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aus einem ganz anderen Ding heraus, so, ja, ich habe sogar, bin teilweise bewusst in die Konfrontation gegangen, einfach nur, um mal zu schauen, wie ist das? Einfach nur, um mal wieder zu gucken, na, komm, hol mal den alten Stefan raus, der jetzt auch schimpft und böse ist und blöde Worte verwendet und nicht spirituell oder sonst irgendwas und lass mal richtig krachen in der Diskussion mit bestimmten Menschen. Und ich habe gemerkt, ja, ist alles noch da, ist alles verfügbar, ich kann noch richtig arschig sein, das geht und der andere nimmt mich dann auch so wahr und fragt mich dann auch, warum ich immer noch so ein Arsch bin wie früher. Aber in mir war nicht mehr die gleiche Wut, nicht mehr die gleiche Aggressivität, nicht mehr, einfach nicht mehr das Gleiche, das ist alles anders. Das kann man aber von außen nicht wahrnehmen, unbedingt. Also, mein Bestreben ist nicht, dass mich von außen jemand als erleuchtet oder spirituell oder sonst irgendwas anzieht, das ist mir total egal. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich will einfach nur, ich lebe einfach nur mein Leben, das ist alles. Und das ist total spannend, weil das ist nicht das Überhöhte, was man sich vorher vorstellt, sondern das wird zur Normalität und zu Standard. Ja, so ist es halt, so ist das Leben gedacht, offensichtlich. Ja, für mich ist jetzt gerade in meiner aktuellen Lebenssituation das Wort, was dem am nächsten kommt, Liebe. Weil, und das ist sehr zweischneidig, weil es sehr polarisierend ist, weil Liebe, so wie auch den Begriff wie Gott oder so, ja schon sehr besetzt ist, mit ganz, ganz viel Bedeutung in der Gesellschaft, in den Köpfen von Menschen. und deswegen ist es auch irgendwie komisch, das Liebe zu nennen, aber es gibt nichts, was mehr aktuell, zumindest es mag sich ändern, das ist ja nur ein Wort, resoniert, weil es diese, diese Einheitserfahrung ist, so, ja, Liebe, das, das Einswerden ist sozusagen der Ausdruck in dieser Welt von Liebe, wie man irgendwie verschmilzt, wie man Eins wird und das sich als Eins wahrnehmen mit dem, was passiert, ist dann die Liebe sozusagen in ihrem Ausdruck, wie sie sich zeigt, hier in, in was auch immer, was für ein Wort man benutzen will, im Bewusstseinsfeld oder in der Beobachtung oder wie auch immer. und, ja, deswegen finde ich es auch spannend, wie es, dieses ganze Leben, du hast am Anfang so gesagt, irgendwann habe ich so die Entscheidung getroffen, es geht jetzt hier einfach mir nur noch darum, was ist das hier eigentlich, also worum geht es hier, worum geht es hier und dann ist diese Klarheit bei dir eingetreten und, ja, dann, wenn ich mir die Frage stelle, worum geht es hier, dann denke ich so, ja, es geht ums Lieben oder ums Liebe sein, darum, mit dem, was ist, Eins zu sein und das kann man natürlich auch als Hingabe beschreiben, so wie du gesagt hast, also, und deswegen habe ich vorhin noch so gesagt, ich habe das, ich fand es so schön, wie du gesagt hast, Hingabe ist manifestieren, weil, wenn das beides Eins wird, dann verschmilzt, dann, dann verschmilzt das in Liebe, wenn man, wenn man sieht, oh, Hingabe und Manifestieren ist ja das Gleiche, das Einzige, was getan werden muss, ist, mal nicht dem Verstand zu glauben, dass er eine Geschichte erzählt, es sei anders. Ja, voll. Es gibt bei Manifestationen etwas sehr Schräges und jeder, der schon mal eine Manifestationsanleitung oder eine gute Manifestationsanleitung gelesen hat, weiß das, aber es wirkt sich nicht aus. Bestandteil von jeder guten Manifestationsanleitung ist, du musst dich schon so fühlen, als wärst du am Ziel angekommen. Richtig? Mhm. So. Wenn du das kannst, wozu dann das Ziel? Ja. so absurd. Es ist so absurd. Also, es steht in der Manifestationsanleitung drin, dass die Manifestation überflüssig ist, wenn du es kannst. Und keiner kriegt es mit und alle so, nein, ich muss mich erst so fühlen. Ja, wie fühlst du dich denn am Ziel? Woher weißt du das? Ich habe festgestellt in meinem Leben, wenn ich mir Ziele gesteckt habe und ich habe die erreicht, ich habe die auch, manche davon habe ich erreicht und ich habe mich am Ziel überhaupt nicht so gefühlt, wie ich gedacht habe, dass ich mich fühlen werde und es geht sogar noch weiter. Ich wusste gar nicht wirklich, wie ich mich am Ziel fühlen werde. Also, das ist gar kein Bestandteil meines Gedankenprozesses oder meiner Entscheidungsgrundlage, sondern einfach nur, es muss besser werden, es muss schöner sein, ich will cool sein oder anerkannt oder geliebt oder was auch immer. Und dann war ich es und dann merke ich sogar, oh, sei vorsichtig, was du dir wünschst, weil das ist gar nicht so geil, obwohl du dachtest, das wird der Knaller. Ich habe manchmal so Flashes, da kann ich mich in, es heißt nicht, dass die das wirklich so erleben, aber da kann ich mich in Situationen reinversetzen. Zum Beispiel Robbie Williams, der auf der Bühne steht und ihm fliegen die Höschen und die BHs zu und das ist vielleicht cool und vielleicht fühlt sich das gut an und vielleicht hat er sein Leben lang davon geträumt und das ist auch toll. Und dann geht er aber alleine in sein Hotelzimmer zurück und den Unterschied mit dem musst du erst mal klarkommen. Das ist kein Wunder, dass die alle Drogen nehmen. Das ist absolut kein Wunder. Ich finde den Typen cool, aber das ist eine wahnsinnige energetische Bandbreite, die du da erlebst innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden. und deswegen, wir wissen oft gar nicht, was wir uns da wünschen und wie das dann ist und stell dir vor, du bist Justin Bieber und du kannst nirgendwo mehr hingehen, ohne dass sie kreischen. Du musst dir das mal reinziehen. Das ist ein Tag lang, mag das cool sein. Am dritten Tag geht es dir auf den Sack und du bist einfach nur noch deine Ruhe und die haben diese Menschen nicht mehr. Also, das ist so verrückt mit unseren, wie wir unsere Träume, Wünsche, Hoffnungen in eine Außenwelt projizieren, die gar nicht cool ist, die wir gar nicht toll finden, wenn wir sie erreicht haben. Es ist, also da könnte ich Stunden drüber reden, weil das ist alles ein Missverständnis, das ist einfach ein riesengroßes Missverständnis unser Leben. so, nein, darum geht es nicht, vergiss es, lass auch die Idee los. Nein, ist auch kein guter Wunsch. Nee, sein lassen, egal, vergiss es. Das war auch ein schöner Satz von Osho, den hat Osho meinem Lehrer gesagt, als er ihm von seinem Satori berichtet hat. Dann hat Osho drei Worte gesagt, forget it immediately. Und das war, das hat Samapan öfter erzählt und das hat mich immer wieder berührt, weil eben, es geht nicht um die Erinnerung, es geht nicht darum, da nochmal hinzukommen. Du hast es erlebt, cool, fertig. Ja, großes Ja. so ein Erlebnis hatte ich auch immer in einer, ich hatte so eine Meditation und es war auch, wow, so, oh, da ist nur noch das Sein, oh, Baden im Sein und dann so, nächste Meditation. Ja, jetzt gehe ich wieder in das, im Sein baden, jetzt gehe ich da wieder hin. Was habe ich noch mal letztes Mal gedacht? Ich mache die gleiche Meditation an, wie damals, das wird super, das wird super. Warum komme ich denn da nicht hin? Warum komme ich da nicht hin? Und dann sagt er sogar, Adyashanti in der Meditation, sagt er sogar, kein Mal ist wie das andere, vergiss, vergiss die Meditation, vergiss die Erlebnisse, vergiss die Erinnerung, sie bringt dich weiter weg, sie bringt dich weiter weg, weil in dem Moment, wo es passiert ist, war keine Erinnerung, war nichts, es hatte damit gar nichts zu tun, deswegen vergiss es. So geil, ja. Richtig geil. Das ist genau der Punkt. Ja, und dass wir die Erwartungen und die Wünsche haben, die uns ja auch, Eckart Tolle spricht ja auch viel davon, immer aus dem Jetzt herausbringen, also man kann sich natürlich nicht aus dem Jetzt herausbringen, das geht ja gar nicht, aber scheinbar, scheinbar bringen sie uns aus dem Jetzt heraus. Dass das noch keinem aufgefallen ist, also ich kann es gar nicht fassen, wie wir das schaffen, also wie wir das hinbekommen, dass der Großteil der Menschen tatsächlich der Meinung ist, es gibt eine Vergangenheit und eine Zukunft. Das ist faszinierend, das ist unfassbar. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, weil es ist so offensichtlich, selbst über die Logik ist es komplett begreifbar. Du hast noch nie etwas anderes erlebt, als das, was jetzt ist, also kann es keine Vergangenheit und keine Zukunft geben. Vergangenheit und Zukunft erscheinen und existieren nur, sobald du in Gedanken bist und eben über eine Vergangenheit oder an eine Zukunft glaubst oder nachdenkst. Ja. Also du kannst sagen, ja und morgen werde ich ins Kino gehen. Super. Ist trotzdem keine Zukunft, die ist jetzt gerade nicht existent. Und dann kann man sagen, ja, aber gerade hast du doch noch ein anderes Wort gesagt und jetzt ist das nächste dran, also ist eine Sekunde vergangen. Und trotzdem hast du nur diesen Moment erlebt, weil das auch schon wieder ein Gedanke ist. Ja. Das ist nur ein Gedanke. Das ist krank, wie das funktioniert. Ja. Wie so ein Konstrukt, was wir uns aufbauen, was die ganze Zeit am Leben erhalten werden muss, was auch total viel Energie kostet, dass die ganze Zeit am Leben ist. Es ist sozusagen, hier ist der jetzige Moment. So, das Erste, was ich mache, ist erstmal so ein riesiges, klappriges Gerüst da draufstellen, dass die Geschichte erzählt, es gibt Zeit und gerade war das und morgen wird das sein und ich bin ein Mensch und ich bin hier in dieser Welt und ich habe die und die Beziehung und die ist scheiße und der Job lässt mich kacke fühlen und das alles mache ich jetzt und dann jetzt wieder und jetzt wieder und jetzt wieder. Genau. Und so halte ich mir diese Illusion irgendwie am Leben und deswegen wieder, natürlich passt der Begriff Entbildung wieder perfekt und was ich gerade noch sagen wollte, zu diesem, ja, aus dem Moment herausgehen, in die Zukunft projizieren und sich irgendwas komisches vorstellen, was nichts mit der Realität zu tun hat, auch das Rezept zum Unglücklichsein und man kann es einfach für sich prüfen, wie du gerade gesagt hast, man kann ja einfach mal eine Woche für sich nachprüfen, was hast du gedacht, wie dieser Moment jetzt sein wird und wie war er? Genau. Und man merkt so, oh, das eine hatte ja absolut gar nichts mit dem anderen zu tun. Hier, ein Moment, von dem du dachtest, das höchste Glück. Nö, nö. Hier, ein Moment, wo du dachtest, das Größte, das wird so schmerzhaft, dieses Gespräch mit meinem Chef, oh Gott, oh Gott, geführt. Ja, nö, eigentlich schön, eigentlich Spaß gemacht. Und ich so, du weißt gar nichts, du weißt gar nichts. Hör auf damit. Voll, ja. So genial, oder? Das ist richtig genial. Wie das geht, dass wir das trotzdem hinkriegen. Also eigentlich ist es ja so, trotz besseren Wissens, was der falsche Begriff ist, man müsste sagen, trotz besserer Erfahrung, weil wir es erfahren haben, glauben wir trotzdem noch an das, was uns der Verstand erzählt. Wir haben es aber schon anders erfahren, es war nicht so und wir haben immer noch Angst. Also blödes Beispiel, du hast Angst vor Polizei. Du triffst sie, es passiert gar nichts. Du hast trotzdem weiterhin Angst vor Polizei. Du triffst sie wieder, er hilft dir sogar. Er sagt, ja schau, füll das Formular so aus, damit du keine Strafe bekommst. Der war hilfreich, der war nett, der war freundlich. Du hast weiterhin Angst vor der Polizei. Und das ist so irre, das zu sehen, dass wir die Muster wiederholen, wieder bessere Erfahrung. Ja. Weil wir so überzeugt davon sind und weil das so in uns ist, aber für mich der Anker für das ist die Körperempfindung. Das ist der Anker, auf den immer wieder alles zurückläuft und warum der Verstand dann anspringt, um zu sagen, oh Gott, oh Gott, das will ich nicht. Wie kann ich das vermeiden? Und in dem Moment, wo du sagst, ich bin bereit, den Anker so zu erleben, wie er tatsächlich ist, nämlich ich denke, oh scheiße, ich habe Angst vor meinem Chef, ich habe Angst vor dem Gespräch, ich will gar nicht fragen, ich traue mich nicht, dann mache ich es einfach. Ja, dann, ich spreche ihn trotzdem an und dann merke ich, okay, war gar nicht schlimm. Und so musst du, weil du so überzeugt bist, weil wir so überzeugt sind von diesen Erfahrungen, die wir gar nicht haben, die wir nur einmal hatten vielleicht oder ein paar Mal als Kind, muss ich das wieder und wieder und wieder deprogrammieren, indem ich das Gegenteil mache. und das ist, das hat kein Anfang und kein Ende. Du irgendwann fängst du mal an und merkst, oh krass, das ist ja gar nicht so und dann musst du es nochmal machen und nochmal machen und dann kommt wieder bla 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 und dann sagst du, ja okay, wir machen es trotzdem. Und auch dafür gibt es keine richtig passende Anleitung, in welcher Dosis, wie oft, ja muss ich das jetzt immer machen, ne fang mal an, mach mal heute was anders als gestern. und im Laufe der Zeit wirst du merken, ja krass, das ist ja eigentlich nur ein Abenteuer, das ist ja einfach nur immer anders machen, als du denkst, dass du solltest. Das hat nichts mit Rebellsein zu tun, das hat nichts mit dagegen sein zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, deine eigene Programmierung zu crashen. Das ist der wesentliche Teil davon. Ja, ja, gar nicht, stimme ich dir total zu und für mich gibt es da auch so zwei Ansätze. Der eine, wie du gesagt hast, tu das, um dich zu reprogrammieren, ja, damit du, zum Beispiel, sagen wir mal, das Gefühl von Angst ist da und wenn die Angst kommt und du tust es nicht, dann sagt die Angst, na siehste, fühlst du mich nicht wie so, na siehste, ich hatte Recht, es ist ja auch, es macht ja auch Angst und du beweist deine Angst mit deinem Verhalten, dass sie Recht hat, weil du es nicht machst und indem du es, wie du gerade gesagt hast, indem du es machst, zeigst du deine Angst, komm mal mit, ich zeig dir mal was, oh, ist ja gar nicht so schlimm, oh, okay, krass und damit wird sie kleiner und kleiner und der andere Ansatz ist dieses, was du vorhin auch schon gesagt hast, dieses hineinsterben in diese, ach, so schlimme Emotionen, die auf keinen Fall kommen darf, weil das ist ja das, worauf die Angst referenziert. Ja. Sie referenziert ja auf das Gespräch mit meinem Chef, das wird ja dann so sein, dass er ja dann sagt, sag mal, spinnst du mit deiner Forderung? Hier bist du völlig bekloppt und dann fühle ich mich ja, dann bin ich ja total beschämt, dann schäme ich mich ja, oh Gott, das ist ja dann wie damals in der Kindheit, der Gedanke kommt natürlich nicht bewusst, sondern das ist dann eher hinterbewusst und indem wir in diese Emotionen des Schams hineinsterben, fand ich ein schönes Wort, was du benutzt hast, können wir auch die Angst lindern, also das sind die zwei Wege, der eine der Reprogrammierung, die Angst an die Hand nehmen und das tun und der andere, welche Emotion ist es denn, vor die du so viel Angst hast und kannst du die jetzt mal fühlen, wo fühlst du die, wie fühlt sie dich an? Und dann kommst du in diesen anderen Raum, wie du es gesagt hast, in dem, in dem nicht die Gedanken beurteilen, ja, ja, das ist es wieder, das schnell weg, sondern, ja, was ist denn wirklich? Ah, ein Dücken in der Brust, ah, okay, kann ich das sein lassen? Ja, zu 20 Prozent, vielleicht zu 50 Prozent, okay, okay. Ich habe den Eindruck für, also erstens, es gibt Menschen, die können das Erste nicht, die können die Angst nicht an die Hand nehmen und sagen, na, wir machen es jetzt trotzdem und für die ist es, ist der zweite Teil die Voraussetzung. Ich habe es auch in meinem eigenen Leben so erlebt, ich hätte den ersten Teil, obwohl ich der Typ dafür bin, nicht machen können, ohne den zweiten zu können, was kein Können ist, sondern halt einfach zu wissen, diese Möglichkeit, die Körperempfindung wahrzunehmen und nicht drüber nachzudenken, sondern in dieser Körperempfindung zu sein und nicht mehr wegzuwollen, diese Möglichkeit gibt es und erst, wenn ich die ein bisschen geübt habe, ein bisschen Training hinter mir habe, dass ich das kann, was ein komischer Begriff ist in dem Zusammenhang, aber wenn man es tut, weiß man, was damit gemeint ist, erst dann gibt es überhaupt für einige Menschen überhaupt die Möglichkeit zu sagen, so und jetzt konfrontiere ich das, jetzt mache ich einfach das Gegenteil oder ich mache einfach das, wo mir mein Verstand sagt, nee, das geht nicht, das kannst du nicht bringen und also für mich war das zumindest die Voraussetzung und ich kann es auch verstehen, dass viele eben den ersten Teil nicht können, weil sie das zweite, nämlich einfach mit dem, einfach, mit dem zu sein, was hier ist, weil sie das nicht hinbekommen. Ja, das stimme ich dir zu 100% zu. Und da fällt mir ein, eine Sache, wie sozusagen noch so der dritte Trick oder so, jetzt holen wir den Verstand richtig ab, hier ist dein Trick. Hier ist deine Werkzeugkiste. Ist, was lässt dich sicherer fühlen, weil es geht ja alles eigentlich um das Thema Gefahr, so es ist gefährlich, das Gefühl zu fühlen. Also was lässt dich sicherer fühlen und da hat jeder von uns ja auch andere Ressourcen. Das kann sein, kuscheln, das kann sein, Gespräch mit einem Freund darüber, nach Freundin, das kann sein, in die Sauna zu gehen, so Sachen, die einen irgendwie regulieren oder wie man in der Biologie oder in der Medizin würde man wahrscheinlich sagen, die das Nervensystem regulieren. Also je sicherer wir uns fühlen, desto einfacher wird es natürlich auch, diese Angst an die Hand zu nehmen und je dysregulierter wir sind, gestresster, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, je weniger Raum da ist, desto schwieriger wird es. Und das, was du gesagt hast eben, also der zweite Ansatz, das ist ja auch ein, das löst ja auch mehr Sicherheit im System aus, weil es ja nicht mehr so ist, oh Gott, dem darf ich nicht begegnen, sondern hey, dem bin ich doch schon mal begegnet, war doch gar nicht so schlimm. Ich habe, also ich verstehe das mit der Regulation und ich möchte es auch nicht, ich möchte nicht sagen, dass es gar nicht sein kann oder dass es nicht funktioniert. Ich merke nur und noch anders gesagt, bestimmte Menschen brauchen das unbedingt. Ich vermute, dass es mit der Intensität des Traumas zu tun hat, weil du kannst nicht einfach, also geht schon, manche Menschen ist es einfach passiert, die sind einfach aus dem Trauma rausgefallen und haben plötzlich nicht mehr gewusst, wer sie sind. Ja, je nachdem, wie man es erlebt, ist es cool oder nicht cool. Manche wollen dann wieder zurück. Die hätten dann ganz gern ihr Ich wieder. und ich bin nicht der Typ für dieses Ding mit Regulation, weil ich merke, dass für mich da immer ein Anteil mit dabei ist, die Außenwelt muss noch was machen. Also ich brauche ja dann den Freund dazu oder die Freundin oder die Umstände, dass es halt sanft geht, der Übergang. Und ich habe gemerkt, kriege ich nicht hin. Also über die Außenwelt kriege ich es einfach nicht hin. Es geht, irgendwann ging es bei mir nur noch um meine Innenwelt. Und mit der habe ich mich konfrontiert. Da kann ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil da würde ich ja wieder drüber nachdenken, sondern ich habe einfach mich mit meiner Innenwelt konfrontiert. Was ist eigentlich los? Und das ist heute immer noch meine Aufgabe. Ich bin da nicht fertig. Ich bin dann nicht durch. In bestimmten Bereichen haben sich die Dinge verändert. Aber jetzt kommen neue Bereiche. Und die sind fast eine gleich große, wenn nicht manchmal sogar eine größere Herausforderung, als die am Anfang. Ich kann es jetzt nur, weil ich schon Übung habe. 20 Jahre oder so. Nicht ganz, noch nicht 16, 17. Übung macht den Meister. Genau. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Also ich kann nicht sagen, ich bin durch mit irgendwas. Ich merke nur, bestimmte Sachen kommen einfach nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es nicht in 10 Jahren nicht wieder nochmal dran sein kann. Das weiß ich nicht. Und es gibt immer Herausforderungen für mich. Also es hat nicht aufgehört. Ja, das ist auch nochmal schön, dass du das gesagt hast, weil das nochmal wieder dem Verstand, den Wind aus den Segeln nimmt, zu sagen, ja, aber dann am Ende habe ich ja keine Herausforderung mehr. So wie der Stefan. Ach shit, Stefan hat ja auch noch Herausforderungen. Na gut, okay, dann muss es wohl irgendwas anderes sein. Ja, richtig schöne Worte und ich würde sagen, dass wir jetzt auch aus Respekt deiner Zeit und meiner Zeit auch einen Abschluss finden dieses Gesprächs. Und ich kann aus tiefstem Herzen sagen, dass es mir ultra viel Freude bereitet hat, dich heute hier online zu treffen, mit dir zu sprechen. In meinem Körper merke ich das wie so eine Art Vibrieren und Wärme, die so ausstrahlt. Das ist total schön, deine Präsenz zu spüren, mit dir zu sprechen und zu sein. Und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Super gern. Ich fand deine Fragen einfach genial. Ich habe einfach gemerkt, dass du da wirklich drin bist. Und ich kenne den Unterschied. Ich fühle den. Und das ist ganz was anderes, weil wenn du Fragen aus dem Verstand formulierst, ist es was anderes, als wenn du Fragen tatsächlich aus dem jetzigen Moment, selbst wenn Erinnerung damit verbunden ist, das ist ja das Lustige, was der Verstand nicht versteht. Der Stefan hat doch gesagt, es gibt keine Vergangenheit. Ja, aber du kannst dich trotzdem erinnern. Aber du kannst sogar in der Erinnerung, in dem Gefühl sein oder halt im Kopf. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied und den fühle ich bei dir. Und so sollten wir uns eigentlich treffen. Das ist die schönste Begegnung, die es gibt für Menschen. Und dann macht es auch Sinn, Menschen zu treffen. Wenn ich Menschen treffe, damit ich ihnen mein Leid erzähle und sage, wie schlimm alles ist. Nicht so hilfreich. Ja, das stimmt. Danke dir für die lieben Worte. Das berührt mich sehr. Und dann zum Abschluss vielleicht nochmal. Du hast eine Webseite, stefanhine.de. Was gibt es so für Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen oder zusammenzuarbeiten? Oder wenn das jetzt resoniert hat heute, was tue ich als Zuhörer oder Zuhörerin? Die einfachste ist, es gibt die Aufwachquickies, kostenlos, jeden Tag. E-Mails unter aufwachquickies.de auch, aber auch auf stefanhine.de verlinkt. Die kommen täglich, jeden Morgen, in der Früh um 4.49 Uhr. Gibt es ein Zitat. Und es gibt auch die Aufwachmedizin, die ist unregelmäßiger, auch auf aufwachmedizin.de. Und dann gibt es auch ein paar Angebote, wie die Audioquickies zum Beispiel. Da erzähle ich dann jeden Tag etwas zum Tageszitat. Also zum Aufwachquickie gibt es dann auch eine Audio dazu, die kann man bestellen. Und ich mache Retreats und Intensiventbildung passenderweise. Das ist aber, also es ist wirklich sehr intensiv. Das sind 40 Tage im Jahr, viermal zehn Tage in Arco, in Italien am Gardersee. Und ja, noch einige Retreats, Frühlingsretreat, Herbstretreat, solche Sachen. Und das ist das, was mir, also ich merke wirklich den Unterschied, das ist ganz krass. Ich mache auch Online-Intensiventbildung, aber ich merke den Unterschied zwischen zehn Tage, viermal zehn Tage sogar live vor Ort. Und naja, wir treffen uns jeden Sonntag. Das muss erstens natürlich jeder selbst entscheiden, wie das für einen am besten passt. und auch was man sich leisten kann natürlich. Aber ich merke einfach, diese Live-Geschichten, das ist meins. Also sowohl online als auch offline, aber vor Ort ist einfach eine andere Nummer. Ja, ja, das stimmt. Ja, cool, das verlinke ich dann hier unter dem Video in den Shownotes beziehungsweise im YouTube-Beschreibungsbereich. Und ja, damit entlasse ich uns beide mal aus dem Gespräch. Danke dir von Herzen, dass du heute hier bist. Danke, danke, danke. 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 Danke.